hallo und ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video heute zeige ich euch unseren action einkauf ich sag euch heute nicht die preise weil wir haben sehr viel geholt wir waren lange nicht und zwar habe ich einmal hier so ein T-Shirt in der L mitgenommen ich habe noch nicht weiter reingeguckt oder so Stoff ist sehr angenehm so sieht das aus ja dann haben wir einmal diese chips mitgenommen denn einmal diese paw patrol lampe kann ich mal rein gucken die ist glaube ich sehr klein aber zum kindertag die ist sehr süß sehr klein aber süß so jetzt Nachttischchen mitgenommen einmal sieben Durstlöscher dann haben wir vier mal von diesen mitgenommen das waren jetzt nur drei ich muss gucken wo das vier sind rumschwirrt einmal diese feuchten Tücher wieder mitgenommen einmal Krabkerzen diese großen fünf stück dann habe ich einmal diesel mitgenommen einmal waschpads die sind 40 stück drinnen dann kam so glaube ich 599 oder so genau weiß ich das auch nicht aber das war nicht so teuer dann fand ich diese Platzsäckchen schön habe ich einmal mitgenommen sind vier stück drinnen dann kam die mit und zwar ich glaube dreimal oder vier mal drei habe ich bis jetzt einen habe ich schon ausgetrunken einmal blau der ist schon in verwendung und einmal ein pink weichspüler dann einmal diese Krabkerchen das fand ich beim letzten mal nicht schlecht einmal für das Auto Motoröl 5,40 ich stehe jetzt gar nichts weiter drauf aber ich weiß 5,40 brauche ich dann Mayonnaise einmal einmal den werde ich nachher aufstellen mal gucken wie der ist ich kenne viele die haben den einmal so eine WT WC Tabs sonst haben sie ja das Bad komplett neu gemacht okay Abflug dann einmal Arizona dann einmal so ein Raum mit so einem Stäbchen Duft LITTLE nicht wundern sie gehört zur Zeit nicht denn einmal Geschirrspül Tabs 100 Stück uns ist das egal welche bei Geschirrspül Tabs zweimal diese U-Bote sag ich mal dazu haben wir zweimal zweimal Backpapier Zuschnitt brauchen wir immer dann dann einmal diese Sorte von Eric zum Hinstellen mit diesen Stäbchen mitgenommen dann zweimal diese Trinkschokolade habe ich zweimal mitgenommen Trinkschokolade trink ich oft meine dann einmal diese Soße mit genommen dann diese Yum Yum Nudeln hier sind schon mal zwei mit gucken ob sie noch die anderen Tüten auf wo die auftauchen dann haben wir hier schon mal zweimal diesen Reis mitgenommen hier ist nochmal Jam Jam Nudeln dann dann haben wir mitgenommen zweimal Taschentücher so eine Boxen brauchen wir immer dann habe ich zweimal diese Backmischung mitgenommen mal gucken mal gucken ich das mache dann einmal diese Grabkerze habe ich mitgenommen oder Bier mein Name war ja nicht dann Käse dann noch zweimal Ziegenreis weil jetzt mal der gut geschmeckt wenn die mal schnell gehen sollen haben wir mitgenommen einmal Maschinenentkalke genommen einmal diese wie heißen die Nüsse gebrannte Mandeln und sowas habe ich einmal mitgenommen zum testen einmal Mentos hatte ich schon mal die waren ganz gut mal ein bisschen runterlegen jetzt haben wir kein Platz denn zweimal diese habe ich auch schon öfters mitgenommen einmal diese Wäsche Perlen bin ich mal gespannt wie die so sind einmal diese mit Chili und Knoblauchsoße aufgenommen dann einmal so eine Gaskartusche ich habe auch für meine Mutter einen Teil ist schon da so ein Hocker so wie ich auch habe den haben geschickt hier ist das vierte Mal dann habe ich auch Geschenke so mitgenommen den 10 Liter Müllbeutel davon habe ich fünf vier nachher so drei drei vier vier mal brauchen wir für Tatschen für dann einmal so ein Nachfüller für den Airbag mal 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 gucken ich habe noch nie gehabt werde ich austesten denn einmal so ein Reiseset hier mal gucken wie das ist habe ich einmal mitgenommen dieses Jahr reisen wir noch nicht aber nächstes Jahr geht es im Urlaub dann habe ich zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was ist hier denn hier so eine Knete 5 Knete ist für eine Freundin ihre Tochter zum Geburtstag so dann habe ich dieses Bananentuschgel einmal mitgenommen dann habe ich natürlich auch was für die Katzen einmal diese einmal diese blauen das muss ich nachher alles weg holen meine Katze guckt schon ich zeige jetzt durcheinander ein bisschen denn hier so ein Gesicht ich begliere zum testen eine Body Cream einmal das einmal hier ein Body Squab so was geht jetzt nicht auf aber riecht schon ganz angenehm dann habe ich nachher ein paar so das ist für meinen Bruder so ein Kleen zum Kindertag so Schaf Schwein Kuh Pferd Ziege das kriegt ja zum Kindertag noch denn von der Freundin die Tochter kriegt dann noch so eine Porpetrolnacht zu schlumpeln denn von meinem Bruder der Kleene kriegt noch diese kommt noch dann habe ich mir so einmal diese Socken und einmal diese die finde ich sehr schön vom Action dann hat mein Mann sich seine Minz Pastillen rausgesucht dann für die Katzen noch das kriegen sie nachher dann einmal diese Body Creme nach Wassermelone ich hoffe dass das jetzt ein bisschen länger auf bleibt und dann auch mal öfters wieder dann dann mal diesen Raum zum Hinstellen dann einmal diesen Raum zum Hinstellen dann einmal dieses Serum habe ich mitgenommen fürs Gesicht jetzt machen wir mal ein bisschen Beauty weiter einmal dieses Fixierspray vom Action, dann Haarmasten, einmal diese, einmal die mit Kaktus und einmal die Kokos habe ich mitgenommen, einmal diese Augenpads, habe ich zwei Lippenmasken mitgenommen, die roten gab es nicht dann Badekugeln, einmal mit Banane, einmal die blauen dann habe ich mitgenommen, einmal diese schwarze Maske mit Muster, einmal diese Maske ich mache mal durcheinander hier, einmal Lavende Fußmaske, einmal Avocado Fußmaske, mache ich total gerne Fußmasken einmal so ein Z, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag Maske einmal diese Maske, einmal eine Sommermaske einmal eine Sweet Maske, also Schülmaske für mich wenn ich Maske mache, liege ich auf der Couch und gucke im Fernsehen entspannen, einmal diese, einmal diese Maske mit Krebsfut, die Maske, mit Krebsfut die Maske und die jetzt machen wir mal weiter und zwar habe ich noch mitgenommen, habe ich schon aufgemacht, also ein bisschen also nicht wundern, einmal das hier, zum Test werden wir sehen, denn einmal diese Stifte 3D Marker zum Steine bemalen, einmal diese, da ist eine noch draußen, die zeige ich euch einzeln, bitte das hier, denn diesen, denn Sonne, einmal da, einmal da, einmal diese, ihr seht ja ungefähr die Farben, die hier jetzt drin sind, einmal diesen, einmal diese, einmal diese Stifte, so, einmal diese Stifte, das kriege ich von der Freundin, die Tochter, zum Geburtstag noch, und von meinem Bruder, der kleine kriegt, und dann habe ich hier, einmal dieses Auto, einmal dieses Auto, und einmal dieses Auto, kriege ich da, dann dieser Stift war noch mit drin, dieser, wo es schon auf ist, dann einmal dieser, dieser goldene, dieser weiße, dieser gelbe, der blaue, der pinke, und habe getestet, ob die halten, und das hat eine Freundin bemalst, und hat ihre Tochter mir geschenkt, so, das war unser Action Einkauf, sehr ausreichend, ausgewogen, meine ich damit, wir brauchten wieder einiges an Vorfallsprodukten, also, und ein paar Geschenke zu, brauchte ich, da kriegt er eine kleine, hab schon ein bisschen sortiert, was die kriegt, was er kriegt, so, ich bedanke mich recht herzlich, fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, eure Beauty Püppi, Tschüssi!